Medienkunde und Medienerziehung sind wichtige Säulen im sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Daher nutzen wir verschiedene Lerninhalte, um den Schülerinnen auch wichtige Kompetenzen am PC zu vermitteln. Zudem sind diese Kompetenzen dann auch wichtig für Studium und Ausbildung. Im Moment setzen wir uns mit der Wirkung von Influencern kritisch auseinander. Dazu haben wir in einer Internetquelle Informationen gefunden, die jedoch wenig übersichtlich sind. Mithilfe von Excel versuchen wir, Zahlen aus dem Text gut nachvollziehbar darzustellen. Dieses Wissen können wir dann auch für Referate und Präsentationen in anderen Fächern nutzen.